Leute, das Ding ist, wenn wir Fritz Meinicke mitnehmen, nach dem zweiten Tag sind wir ihn zu langsam, der vergräbt uns irgendwo im Schnee und wäre alleine weiter. Ja, ja, das Ding ist halt, wir wollen halt so im Wohnmobil pennen und Schnee Meinicke. Und Fritz Meinicke geht dann raus. Nee, ich mit Schnee Meinicke ist besser. Schnee Meinicke geht dann raus und war irgendwie ein Iglu oder so. Ja, der baut dann ein Iglu und ist dann sauer, wenn wir nicht drin schlafen. Korrekt, korrekt. I should call her. Hier muss ich noch ein bisschen mit dem Finger rein. Kevin hat gerade ein richtig aufgegeiltes Geräusch. Das Haus rechts, das könnte auch in Twilight sein. Sind hier Twilight Fans? Ich dachte, du kriegst keinen Sonnenbrand. Sind hier Twilight Fans unter euch? Nein, ich habe es noch nie geguckt. Okay, schade. Sonst könnten wir hier in der Nähe zu einem Ort gehen, wo es aus Twilight gedreht wurde. Nö. Okay, dann lassen wir es. Trotzdem ein schönes Haus hier. Oh! Nichts passiert. Da war ein Croc-Angriff aus dem Geburtstag. Achso, ja, ja. Ich rede nicht so gerne über mein Sexualleben, aber ich finde euch zwei Vanilla. Von dem, was ihr erzählt habt. Ich breche ab. Hey Jungs, Jungs, macht ohne mich hier drüber. Ich auch einen. Hey, tschau. Ja. 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 Ja.